Also, ich bin nur einmal kurz rausgetappt und jetzt hat sich das Wasser zurückgezogen. Wenn ich Beachgoers killen kann, bin ich gleich wenigstens ein bisschen schneller. Und hier, guck mal, der Waldewitz hat die ganze Zeit noch geguckt und gefragt, so und, geht's dir gut, kann ich dir helfen und ich so, ne und auf einmal ist er auch gestrandet, ey. Sieht wenigstens hübsch aus. Guck mal, wir machen ein Wettrennen. Guck mal, wir machen ein Wettrennen. Okay, also wenn sich das Wasser nicht weiter zurückzieht, dann haben wir noch eine Chance. Guck mal, wir machen ein Wettrennen. Oh, ist er auch gestrandet. Komm schon, ich brauch einen Talentpunkt. Krieg ich gleich nicht ein. Beachgoer. Beachgoer. Oh, guckt euch das mal an, wie schnell das jetzt geht. Kennt ihr das, diese, wenn so Babyschildkröten am Strand schlüpfen? Und die kommen so auf die Welt und als Willkommensgeschenk werden sie gefressen von den Vögeln, weil die halt an Land sind und so langsam. Das ist es hier quasi, aber ich glaube, ich habe Glück, dass ich noch der schnellste bin. Aber ich befürchte, das Wasser zieht sich gerade ein bisschen schneller zurück als wir. Oh, komm schon, du schaffst es. Aber dieser Beachgoer hat echt richtig viel geholfen, ey. Richtig nice. Neue Gruppe Moser Army. Stu would like to join the group. Oh. Okay, im Wasser ist glaube ich auch Gefahr, aber ich glaube nichts ist schlimmer als... Oh, er ist auch an, oder? Ne, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich gehe jetzt erstmal ins Wasser. Hat ja auch nur 5 Minuten gedauert, dieses Wettrennen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe auch richtig schön viel wenig Komfort, damit ich auch auf jeden Fall gleich abkratze, ganz wichtig. Oh, ich habe gerade mit dem Finger drauf gezeigt, aber man kann es ja gar nicht sehen. Ich habe mehr Komfort, also zumindest Shelter bekommen. Okay, Screenshot Modus aus. Oh, Screenshot Modus an. Oh mein Gott, ist das geil. Okay, warte ich jetzt noch auf meine Artgenossen? Ja, oder? Jetzt habe ich aber Hunger. Was ist das? Oh mein Gott, Fische. Oh mein Gott, unsere Rettung. Wie eben ist irgendwas rumgeschwommen. Aber ich hoffe mal... Oh! Als ob ich den nicht getroffen habe. Das gibt es doch nicht. Oh! Ja, eins. Oh! 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 Das ist angenehm. Oh! Komm her! Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Das ist so furchtbar. Oh, guck mal, es hat geklappt. Okay, ich habe gefressen. Warum Bias minus 6? Oh, okay, gut, es regeneriert sich, weil ich verliere jetzt ihr Leben, weil ich mich auch unglücklich fühle. Ja, egal, ich würde sagen, das haben wir geschafft. Dann kann ich hier jetzt ja erstmal chillen. Ja, du darfst rein.